hallo liebe community von johann zuschauer ich bin's wieder in gave man kommentar 69 von gut inter zwei mh bärast ja ich werde jetzt die hauptgeschichte durch die sprechte die standardmision die hauptgeschichte weil wasches Spiel und und und. Ich glaube, werde ich nebenbei Waffen noch verbessern. Charakter-Missionen lasse ich erstmal außen vor, genauso wie die schweren Missionen Grund ist. Wir haben uns jetzt gut hochgepowert, schon mit unseren Waffen. Und ja, dann wollen wir beginnen. Aber ich nehme trotzdem noch welche mit hier. Spiel und Backup. Mach mal wie immer den Damien. Mach mal mal siehe Bruch. Rüstung kann man auch gebrauchen. Nein, E-Mail. Doch, Ausdruck kann man auch immer noch gebrauchen. Und somit beginnen wir. Denn mich interessiert jetzt eigentlich, wie die Story eigentlich weitergeht. Also in den letzten Folgen, wie ich es hier gesehen habe, mit Romeo ist tot. Plus halt der Fall der Bestie. Und ja. Und einsam in der Töne ich nochmal auch. Wenn ich mal treffen würde. Oh, da kommt schon der Große, den wir eigentlich wollten. macht's lieber Frost. Nee. Frost mag er nicht. Das ist gut für uns. Und Blick auf die Schnauze. Und los geht's. Und los geht's. Auf den Schwanz. Immer auf den Schwanz. Immer auf den Schwanz. Los kommt jetzt, Mädels. Der Alphys im Schwanz. Das braucht er. Nichts da, stirb einfach so schnell, wie du kannst. Das hältst du uns schon. Ja. Ich hasse es, wenn die Vieche über Lava gehen. Ja, komm. Cheat's immer weiter. Cheat's immer weiter. Ja, komm. Cheat's immer weiter. Jo, einmal ein Greife, bitte. The origami has fallen. Seize the advantage. The origami is breaking off its attack to feed. Ja, und nochmal schön vom Weizen abknallen. Ja, und nochmal schön vom Weizen abknallen. Und das war's. Sehr schön. Mal sehen, ob Guti da zwei, äh, mein längstes RP wird. Von den J-Games her. Ja, bisher, bisher ist mein längstes, ja, in der Zeitpunkt, ja, wo heißen sie? Zero Dawn. Mit über 131 Folgen. Hold cin well. Ja, b, da, b, da. machen wir mal die quelle zu belohnen ja ja klar überschreiben wir das ich habe post war es ich auch und diese hase kanone ich war auf eine mission mit kigui trotz den outfit ist er wirklich schnell wie es sein angriff abgepasst und aufmerksam auf sich gezogen hat einfach genial der steckplasseter diese kursie wer bist du wer bist du so nein ok schauen wir mal juna vorbei immer diese was stimmt nicht was los tut mir leid ich habe gerade bloß über etwas nachgedacht ich habe also immer mehr e-mails geschickt seit sie fort ist und ich habe keine anbaut bekommen überhaupt keine ich bin mir sicher dass die behandlung ihr schwer zusetzt aber sie hat noch nie so lange nicht kann deshalb sorge ich mich besucht du sie da nicht ja du hast recht ich sollte es selbst nachgesehen warum bin ich da nicht selbst aufgekommen danke mal sehen ob er mich die besuchen ist so gut muss ich ihn noch für andere das hirn spielen hier kann sie bleiben jo sehn ja noch anders aus funken crystal alles klar funke funke kleiner stern oder wie nicht nichts Outsch, das ist ein Baby, immer. was nicht gemerkt dass ich von der seite kam wo muss ich mich jetzt ständig räuspern entschuldigung warum höre ich immer noch um diese stimme was die vom kohde hat links support device activated your defense is rising make good use of that shield next up jetzt bin ich wieder mit schießen dran die 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 ja äh, schon getan komm, taut jetzt mal drück, Mädels nix da ich steh hier ich steh hier ah, ich hab's doch auf den Fuß gehauen äh, wo läuft's jetzt? ja was? anhalten, stoppen anhalten, stoppen ah, äh, ne anhalten, stoppen was denke ich da? laufen, stoppen, laufen, stoppen sorry bin ich selbst schon verwirrt er ist schuld ja 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 Ball Die Ratzen verboten hier. Äh, ja. Die kann man gut dressieren. Komm, wir treten im Zirkus auf. Wir treten im Zirkus auf. Und du machst für mich das Kunststückchen. Wäre doch was. Oder nicht? Ich verspreche auf dich zu füttern. Komm. Das auf mich zu rennen war ein kleiner Fehler. Aber nur ein kleiner. Ich hab's noch bekommen. So. Lila. Eine saubere Abtrennung. Ob da jemand reingebissen hätte. Heute gab's Gebäude. Bindung ignorieren. Credits Belohnung. Okay. Das war's. Okay. Das war's. 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 mit ihm raus. Das könnte der Grund für den Hunger sein. wie groß er wohl noch wird. Wenn er größer als du wird, würde ich mir Gedanken machen. los geht's. Oh ja, komm runter. Ich muss echt nur in der nächsten Folge meiner Wochenende sein. Alter! Ja. Ja. Alter, kannst du mal das Schild durchhalten. Ich werde hier mit echt zum tiefsten Dank verpflichtet. Ja. 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 Achja, wir kommen. Ja, was? Äh? Dann ist das Ding auch Irgendwann Heute noch Kommt Ja Ja Komm schon Out Out Schieß doch hinten im Arsch Damit habe ich auch kein Problem Ja Ja Feed 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 Kannst du mal einmal deinen Shit ruhig halten So Ja 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 Ah, shit. Ja, down. Und das war's auch mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht's mit diesem Kampf weiter. Ich verabschiede mich wie immer mit Zuck-Gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oh, da gehen wir in die Crew. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Cheli kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, Zuck-Gut-Ciao. Bis zum nächsten Mal.